Am Asklepios Klinikum Bad Abach wird das Thema Patientensicherheit großgeschrieben. Eine Vielzahl von Maßnahmen sorgt für optimale Sicherheit. Dafür durchläuft das Klinikum immer wieder Zertifizierungen und trägt so zum Beispiel das KTQ-Siegel. Das KTQ ist ein Zertifikat, was die Gesamtprozesse im Haus untersucht und da auch natürlich schaut, wie die Patientensicherheit gewährleistet ist. Und daneben sind auch noch alle bettenführenden Fachabteilungen zertifiziert, sehr unabhängig vom Behandlungserfolg. Es ist auch wichtig, dass der Patient ein Vertrauensverhältnis zum Haus hat und sich jederzeit gut versorgt fühlt und sich auch sicher fühlt. Die Patientensicherheit beginnt schon bei der Aufnahme. Der Patient ist ständig im Dialog mit den Ärzten und wird ganz genau über alle Behandlungsschritte informiert. Am Klinikum nutzt man Identifikationsbänder, um Verwechslungen zu vermeiden. Der Patient wird außerdem immer wieder nach seinen Daten gefragt. Er könnte ja sicher irgendwann mal daran irritieren, dass er jedes Mal wieder gefragt wird, ob er wirklich der Herr Meier ist und ob wirklich das linke Bein operiert wird. Das gehört schon also zur Aufklärung dazu, dass er darauf hingewiesen wird und das ist der erste Schritt. Auch in der OP-Vorbereitung und später im OP hat die Patientensicherheit Priorität. Die Körperstelle, die operiert werden soll, ist mit einem Stift markiert. Alle Daten werden noch einmal gecheckt. Der letzte Schritt erfolgt dann kurz vor dem Eingriff im OP. Wenn der Patient dann von uns schon die Narkose verabreicht bekommen hat, die Stelle abgewaschen wurde und die OP-Schwester und das ganze Team schon am Tisch bereit sind, fragt der Operateur noch einmal ab, ob alles, was für den Eingriff notwendig ist, vorhanden ist. Also ob die Seite markiert wurde, ob die Aufklärung unterschrieben wurde, ob alle Instrumente vorrätig sind. Und erst dann darf die Schwester sozusagen das Skalpell dem Operateur in die Hand geben. Auch Hygiene ist immer wieder ein großes Thema an Krankenhäusern. Auch hier sorgt die Asklepios Klinik für höchste Qualität. Dazu werden wir regelmäßig von externen Instituten kontrolliert, die die Hygiene in allen möglichen Bereichen, angefangen bei der Reinigung, beim Essen, aber auch im Bereich OP-Sterilisation überprüfen, dass die Hygienerichtlinien eingehalten werden und dass auch die Instrumente und Materialien einwandfrei hygienisch da sind. Das Asklepios Klinikum Bad Abach ist Mitglied beim Online-Portal Qualitätskliniken.de. Hier werden unter anderem Anforderungen zur Patientensicherheit in 25 Kriterien definiert und die Ergebnisse im Internet veröffentlicht. Transparenz und Qualität garantiert optimale Versorgung von der Aufnahme bis zur Entlassung.